Wir als Lehrer, seine Formteacher, sind sehr froh, dass er so gut auf seine neue Klasse adjustiert hat. Er ist ein sehr entscheidender und glaubwürdiger Junge und er scheint nie zu haben, mit einem seiner Klasse zu haben, was von unserer Sicht sehr positiv war. So wie wir ihn erlebten, war er immer ausgeglichen und freundlich. Nie wurde er laut, nie war er in ernsthafte Raufereien verwickelt. Im Gegenteil, er schlichtete Streit und versuchte mit großer Sensibilität und einer liebevollen Art bei Konflikten zu passieren.